Okay, ich möchte dieses Video in einem Take durchziehen, einfach aus dem Grund, weil der erste Take für mich der einzig wirklich richtig fühlende ist. Und von daher wird das Video vielleicht ein klein wenig länger, aber das ist es mir absolut wert. Kommen wir von daher zum Test des Sony Xperia X-Compact und eins muss ich gleich sagen, ich habe mir nicht viel erwartet von diesem Telefon. Einfach da ich das Z5 kompakt getestet habe und nicht so begeistert von war, muss sagen, ich bin begeistert von diesem Telefon. Aus vielen guten Gründen allerdings ist es nicht perfekt. Also einige Dinge, die mich stören, könnten euch vielleicht gar nicht stören. Einige Dinge, die für euch aber sehr, sehr wichtig sind, könnten mir wiederum egal sein. Das müsst ihr in diesem Test selber entscheiden, ich gehe durch alles durch, wird vielleicht relativ subjektiv, aber ich würde sagen, es ist es wert. Gucken wir uns einmal daher das Design an. Wie schon in meinem Vorbericht gesagt, fühlt es sich sehr, sehr nach Plastik an. Hatte anfangs ein kleines Problem, damit muss ich aber sagen, je länger ich das Gerät hatte, muss ich sagen, fühlt es sich hervorragend an. Einfach so schön rund. Es ist zwar glossy und nimmt dadurch sehr, sehr viele Fingerabdrücke auf, kann dadurch teilweise auch ein wenig schleimig wirken. Ist es aber absolut wert, denn es fühlt sich hervorragend dann überall schön abgerundet mit schönen runden Kanten überall. Und auch diese 90 Grad Kante hier dachte ich, würde ein wenig unangehen. Absolut nicht der Fall. Klasse, wirklich top, sehr, sehr griffig meiner Meinung nach. Hier haben wir noch die Sensoren, die Kameras, den LED und den Flash. Mikrofon, Kopfhörerausgang. Hier hätten wir den SIM und SD-Karten-Einschub. Was mir allerdings nicht so gefällt, sobald ihr diesen rauszieht, startet das Gerät neu. Also falls ihr nur die SD-Karte wechseln wollt, habt ihr jedes Mal ein Neuschalt. Das hätte ich gerne anders gelöst gesehen. Hier haben wir USB-Typ C. Hier den An- und Aus-Schalter mit dem Fingerabdrucksensor, der absolut hervorragend reagiert. Sehr, sehr schnell, sehr, sehr präzise, hat eigentlich keinerlei Fehlversuche. Und im Prinzip, sobald ihr drückt, ist das auch ein Sperrleiter. Also wirklich sehr, sehr schnell, wie ihr schon sehen könnt, wirklich top. Was ich jetzt nicht ganz so mag, ist diese Animation jedes Mal nach links. Die wirkt einfach ein klein wenig komisch, einfach nicht gewohnt. Hier haben wir noch den Lautstärkeregler, funktioniert sehr, sehr gut, fühlt sich auch top an. Und den dedizierten Kameraknopf. Natürlich oben noch die Kamera, die Front-Stereo-Lautsprecher. Der Rand selber ist jetzt vielleicht nicht der kleinste, allerdings das Gerät als Ganzes ist ein klein wenig klobiger, vielleicht wie der Z5 Compact, fühlt sich daher allerdings besser an. Wir haben eine benachrichtigungs-LED, von daher vom Design absolut nicht zu bemängeln. Ich finde es genial, fühlt sich top an. Vielleicht nicht ganz so hochwertig wie ein Gerät aus Metall, aber einfach so viel komfortabler in der Hand. Und daher möchte ich gerne einmal zum Display kommen. 4,6 Zoll IPS und eben vielleicht nur eine 27P-Display-Auflösung, die ich aber absolut nicht als Nachteil sehe. Denn das Gerät zu keinem Zeitpunkt in meinem Test fühlte sich unscharf an oder so. Also immer sehr, sehr schön scharf. Helligkeit war auch absolut okay, also die maximale Helligkeit, auch die niedrigste Qualität. Die Blinkwinger sind jetzt vielleicht nicht die stabilsten, aber in normaler Nutzung absolut okay. Weißwert sehr, sehr schön, vielleicht minimal auf der kälteren Seite. Sehr, sehr guter Schwarzwert, auch kaum IPS-Glow. Das haben sie wirklich sehr gut hinbekommen diesmal. Und was mir am besten gefällt, ist die Farbkalibrierung. Denn ein klein wenig mehr gesättigt, vielleicht nicht ganz akkurat, aber dadurch wirklich sehr, sehr ansprechend. Sehr, sehr schön lebendig und auch so. Und einfach auch aber nicht extrem übertrieben. Also wirklich komplett zufriedenstellen, finde ich absolut top. Von daher kommen wir jetzt einmal kurz zum Sound. Und ja, ich muss das gleiche sagen, wie bei jedem Sony-Test bis jetzt in der Vergangenheit. Ich wünsche mir mehr Lautstärke. Ja, der Klang ist absolut top, absolut zufriedenstellend. Klingt wirklich sehr, sehr hochqualitativ. Allerdings, was bringt mir das, wenn ich es einfach in vielen Situationen nicht höre? Gerade bei meinem Arbeitsplatz hatte ich dort hier Probleme. Also dort Probleme. Und das gleiche gilt auch für den Kopfhörerausgang. Diese hochqualitativ. Wir haben auch zusätzliche Optionen in den Einstellungen, die den Klang noch weiter verbessern können. Aber auch hier ein klein wenig mehr Lautstärke. Also Sony, bitte, das ist das Einzige, was ich hier bemängeln könnte. Speziell da das Z5 Compact gerade beim Lautsprecher hier einfach lauter war. Also es geht besser. Und die Ausrede, dass sie einfach mehr Wert auf den Klang legen als auf die Lautstärke, zieht nicht ganz meiner Meinung nach. Kommen wir hier kurz zur Leistung. Beenden einmal kurz alle Apps. Und die Startzeiten sind absolut hervorragend. Wirklich sehr, sehr schnell. Und hier kann ich es wirklich mit den wirklich besten Flaggschiffen mithalten. Also mit einem S7, mit einem G5. Rein von den Startzeiten. Das Gerät ist wirklich sehr, sehr zackig. Recht schnell reagierend. Wirklich hervorragend. Wirklich top. Eins der besten hier. Auch 3 GB RAM für Multitasking. Absolut top. Und hier auch schon das Scrolling. In meinem Vorbericht sagte ich, dass das Scrolling vielleicht nicht ganz wie 60 Frames pro Sekunde wirkt. Allerdings, je länger ich es nutze, muss ich sagen, bin ich absolut begeistert von diesem Scrolling. Denn es fühlt sich so wunderbar flüssig an. Ohne irgendwelche Rückleiter, Zugleiter. Wirklich sehr, sehr konstant. Sehr, sehr ein. Einfach klasse. Wirklich hervorragend. Und hier kann es mit den wirklich besten mithalten. Vielleicht gerade mal ein LG G5, das ich immer noch als die Benchmark sehe, kann hier vielleicht ein wenig flüssiger regeln. Aber wie schnell ansprechen und alles. Absolut top. Also ich bin mehr als nur begeistert von der Performance. Und obwohl dies vielleicht kein offizielles Flaggschiff ist, sehe ich es absolut als dieses an. Also hier Bombe. Von der Spielleistung, muss ich sagen, kann es leider nicht ganz so mithalten. Natürlich nicht mit dem Z5 kompakt, da es einfach die stärkere GPU hat mit dem Snapdragon 810. Allerdings hatte ich die Meinung, oder bin ich der Meinung, dass der Snapdragon 650, komischerweise im Sony Xperia X, dass er in 1080p display hat, irgendwie besser funktioniert. Also ich weiß nicht genau woran das liegt. Die Spielleistung ist immer noch gut ausreichend. Allerdings einfach nicht so hoch framig, falls das richtig ist, was es nicht ist. Aber dafür auch sehr, sehr viele Slowdowns. Also hier bin ich ein klein wenig enttäuscht. Hier hätte ich mir mehr erwünscht. Es hat nicht überhitzt oder irgendetwas in der Art. War immer noch okay. Aber es geht besser. Von daher würde ich sagen, kommen wir kurz zur Batterie. Und das Einzige, was ich hier sagen muss, die Akku-Ladezeit ist ein wenig komisch, denn es unterstützt Quick Charge 3.0, was gut ist. Allerdings kam zumindest mein Testgerät. Nur mit einem normalen Charger wurde daher nicht schnell geladen. Und mit meinem Quick Charge 3.0 Charger braucht es 2 Stunden 20, was definitiv zu lang ist. Also falls ihr eventuell in der Box den richtigen Quick Charger habt, sollte es eigentlich in eineinhalb Stunden gehen. Weiß nicht, wieso das bei mir ein wenig länger gedauert hat. Dafür ist die Akkuleistung aber absolut spitzenklasse. Über einen normalen Tag mit einer Screen-On-Time, also einer Display-Anzeit von 6 Stunden. Und das nur bei mobiler Datennutzung. Absolut hervorragend. Selbst bei Misch-Nutzung war es eigentlich nur ein wenig mehr. Also das bedeutet eigentlich umso mehr, wie gut es ist bei mobiler Datennutzung, wo ich eigentlich sonst einen deutlichen Abfall habe. Also hier absolut noch top. Benutzt ihr es nur bei Wi-Fi, könntet ihr vielleicht sogar 7 Stunden erreichen. Und das mit einer Display-Händigkeit von 40%. Benutzt ihr also Auto oder benutzt euer Gerät einfach ein klein wenig anders, wie ich könntet ihr sogar noch deutlich mehr bekommen. Aber wie dem auch sei, verglichen mit allen anderen Geräten, ist das hier absolut oben an der Spitze unter den wirklich allerbesten absolut begeistert. Sehen wir uns einmal die Software kurz an. Und hier gibt es nicht allzu viel zu zeigen, denn es sieht sehr stark nach Stock Android. Wie ein Nexus eben hier schon sehen kann, hier die Schnelleinstellungen. Diese könnt ihr hier auch noch verändern. Sehen wir uns die Einstellungen selber einmal an. Sieht das zwar nicht direkt aus wie Stock Android, verhält sich aber absolut wie dieses wirklich sehr sehr ähnlich. Nur würde ich sagen, gefemt. Wir haben natürlich immer noch die extra Option, wie zum Beispiel Image Enhancement, auch einen Weißabgleich. Und wir haben Double Tap to Wake, um das Display anzuschalten. Was allerdings das Display ein wenig zu auf dem meiner Hose anschaltete. Ansonsten hätten wir noch natürlich extra Soundoptionen, wie hier schon zu sehen, Clear Audio Plus. Und ihr könnt dann noch spezielle Features einschalten und so. Aber der Rest ist wirklich sehr sehr standardmäßig. Hier schon der Launcher ist jetzt der standardmäßige. Würde ich immer noch durch Nova Launcher ersetzen, einfach persönlicher Geschmack. Aber er tut seinen Zweck absolut okay. Keinerlei Grund zur Sorge. Und was ich bei Sony sehr sehr gut finde, die Update-Politik. Denn man bekommt noch recht lange sehr sehr schnell Updates. Und das ist definitiv ein Vorteil. Von daher würde ich sagen, kommen wir nun einmal zu den Fotos. Wenn es um die Selfies geht, muss ich sagen, wirklich bei guten Lichtbedingungen absolut top. Sehr sehr scharf. Und wie ihr gerade hier schon sehen könnt, sehr sehr viele Details. Gerade auf meiner Stirn sieht das sehr sehr gut aus. Bei schlechteren Lichtverhältnissen würde es ein klein wenig abfallen. Aber immer noch sehr sehr gut. Also da bin ich mehr als zufrieden. Kommen wir allerdings in schlechtere Lichtverhältnisse oder auch innen. Seht es eben nicht mehr so gut aus. Es wird deutlich weicher, deutlich softer, nicht mehr so scharf und detailliert. Das könnte besser sein. Und das gleiche auch bei schlechteren Lichtverhältnissen. Allgemein oder Kunstlicht. Immer noch okay. Absolut nicht enttäuschend. Aber es gibt hier deutlich bessere. Es könnte ein wenig mehr Licht auffangen, ein wenig schärfer wirken. Aber dafür ist es jetzt auch nicht allzu körnig. Kriegen wir bessere Lichtverhältnisse? Obwohl ich sagen muss, das Wetter war jetzt nicht alles Beste. Ich bin nicht völlig überzeugt. Es könnte schärfer sein. Auch die Bildnachbereitung ist immer noch nicht der gleiche. Der Fokus teilweise, gerade auch wenn ihr näher dran seid. Also für Makros nicht wirklich geeignet. Ihr müsst schon, wie hier schon sehen könnt, ein klein wenig weiter. Geht ihr ein wenig näher, wird es einfach unscharfen. Da könnt ihr manuell auch nichts retten. Seid ihr ein wenig weiter weg ist das okay. Also nicht so gut für Makroaufnahmen gehabt. Wenn das Objekt ein wenig größer ist, könnt ihr das schon recht gut hinbekommen. Das klappt allerdings nicht immer, wie ihr hier schon sehen könnt. Also ein klein wenig ein Hit and Miss. Also manchmal sehr, sehr gut, manchmal einfach eben nicht so gut. Wie ihr zum Beispiel hier sehen könnt, nicht so gut, deutlich besser. Also das ist nicht ganz so beständig. Besser gedacht für Landschaftsaufnahmen. Persönlich sage ich immer noch, ich bin nicht ganz so begeistert von den Sony-Kameras. Das geht besser. Allerdings müsst ihr dafür ein klein wenig mehr Können aufweisen. Das ist einfach eine Sache, die bei Sony so der Fall zu sein scheint. Die erwarten einfach mehr von euch. Und wie ihr hier schon sehen könnt, die Farben ein klein wenig zu stark. Manchmal nicht ganz so akkurat und eben auch nicht immer scharf. Also hauptsächlich der Autofokus wusste manchmal einfach nicht, dass er überhaupt reagieren soll. Dafür ist allerdings die Videoqualität wirklich mehr als zufriedenstellend. Wirklich sehr, sehr scharf. Sehr, sehr flüssig. Der Autofokus ist im Prinzip überhaupt nicht bemerkbar, denn er ist einfach immer scharf gestellt. Was ihr auch immer im Display habt. Absolut top, finde ich wirklich klasse. Und ich fange schon ein wenig an zu schwanken bei meiner Sprache. Aber das passt schon. Beim Überhitzen gab es nicht wirklich Probleme, denn nach 20 Minuten bekam ich die Nachrichtigung, dass einige Features abgeschaltet werden, wie zum Beispiel Face Detection. Allerdings schaltete es nicht ab wegen Überhitzen. Also nach knapp über einer halben Stunde Videoaufnahme bei 1080p und 60 Frames stotterte das Bild zwar auf dem Viewfinder, aber nicht das Video selbst und das ist okay. Und wie gesagt, das Video ist wirklich top. Also hier bin ich absolut sehr, sehr zufrieden. Wirklich absolut top. Wo ich vielleicht nicht ganz so zufrieden bin, ist eben die Fotoaufnahmequalität. Von daher würde ich sagen, zeige ich euch jetzt die Vor- und Nachteile. Allerdings habe ich immer noch die englischen gespeichert, werde ich also einblenden. Ganz kurz zum Gerät selbst, muss ich eines sagen. Absolut top. Und meine Hauptkritikpunkte wären einfach die Lautstärke beim Kopfhörerausgang und auch bei dem Lautsprecher. Da hätte ich mir einfach ein wenig mehr gewünscht. Und die Kamera bei Fotos, wenn das für euch wichtig ist. Aber gerade in Bezug auf das Gefühl in der Hand, absolut genial. Das Display schön, lebendig, top, wirklich sehr, sehr gut. Leistung eins der besten Geräte hier und auch die Akkulaufzeit ist gut. Und das bringt mich auch zum einen Punkt, denn ich wurde gefragt, ob ich dieses Gerät dem X oder dem Z5 kompakt vorziehen würde. Und persönlich, ja, einfach weil es sich besser anfühlt. Das Display und der Sound sind im Prinzip auf dem gleichen Level. Ich finde, bei normaler Benutzung fühlt es sich ein klein wenig flüssiger an. Bei Spielen ist das Z5 kompakt allerdings besser. Akkulaufzeit ist hier deutlich besser. Also ich würde fast mal sagen, um eineinhalb, vielleicht sogar zwei Stunden besser. Also wirklich sehr, sehr gut. Software ist das gleiche und die Kamera ist sehr, sehr ähnlich. Also die alleine sollte keinen Ausschlag geben. Was mich am Ende immer noch dazu bringt, dass ich das Gerät absolut spitze finde. Allerdings hat es Schwächen. Diese habe ich schon angeführt. Und das Letzte, was ich noch sagen muss, zum Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Moment bei 430 Euro nicht das Billigste. Bin ich aber nicht der Meinung, dass es überteuert ist. Denn für das, was ihr bezahlt, bekommt ihr wirklich relativ viel zurück. Und ihr habt auch nicht die größte Auswahl, wenn es um kompakte Telefone geht. Allerdings, muss ich sagen, bin ich deutlich begeistert. Als ich dachte, speziell die Leistung absolut top. Und die Batterielaufzeit und der Rest eben mit dem wirklich schönen Display. Und es fühlt sich einfach top an. Und wie gesagt, Sound, das wäre es. Und die Kamera, die mich persönlich gar nicht stört. Also für mich, einer der Hauptkritikpunkte, der mich persönlich stört und mich vielleicht vom Kauf abhalten würde, wären die Lautsprecher und der Kopfhörer-Ausgang. Das wäre es. Abgesehen davon, das Gerät wirklich super gut. Das Z5 Compact, wenn ihr es deutlich billiger bekommt, immer noch Wert zu kaufen. Allerdings hat es mir einfach vom Inhandgefühl nie so gut gefallen. Persönlicher Geschmack. Von der Spielleistung ist es allerdings besser. Aber jeder würde jetzt sagen, das Z5 Compact ist das wahre Flaggschiff bei den Kompakten bei Sony. Ich persönlich sehe das ein klein wenig anders. Für mich ist das X Compact, wenn auch vielleicht eher als Premium-Mittelklasse-Gerät zu sehen, das bessere Gesamtprodukt. Kann ich es definitiv weiterempfehlen. Wie gesagt, die Vor-Nachteile kennt ihr. Der Rest müsst ihr selber entscheiden. Falls dir das Video gefallen hat, Daumen hoch. Abonniert den Kanal, wenn ihr wollt. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, einfach unten lassen. Und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.